Germany's Next Topmodel für alle. Endlich ist es soweit. Zum allerersten Mal haben wir Frauen und Männer. Dass man wirklich mal hier dabei sein kann, ist schon echt heftig. Es gibt auch was ganz Besonderes in der neuen Staffel. Es wird nicht nur eine Gewinnerin geben, es wird zwei Gewinner geben. Doch das ist noch nicht alles. Wir haben auch wieder einen super Preis. Außer den 100.000 Euro jeweils gibt es natürlich noch viele, viele andere Sachen. Aber was ich persönlich super finde, ist, dass sie beide auf den Titel der Hapas Bazaar landen werden. Wir werden zum ersten Mal ein männliches Model auf dem Hapas. Aber das Schönste ist die unvergessliche Reise, die wir gemeinsam erleben werden. Herzlich Willkommen in Los Angeles! Was glaubt ihr denn, warum ich so gut gelaufen bin? Es bin die Staffel! So schön! Das kann uns gar nicht glauben, wie kommen Männer am Laufstieg sehen. Amazing! Was für eine tolle Staffel wird das, oder? Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Ab 15. Februar pro sieben.